und hallo willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch mit Junkrat auf der Junkratown-Map Was denn, was denn sonst? Ähm, mal schauen. Ich lade das jetzt einfach mal am nächsten Tag hoch, das Video, das ist die Folge. Und dann werde ich alle zwei Tage eins machen. Mal schauen. Bestimmt werde ich so machen. Na, ich will ja auch privat ein bisschen, das immer. Verständlich. Krossi. Du enttäuscht mich. Ich habe auch einen Junkrat. Das finde ich jetzt mal cool. Du wirst auf Bedrock. Du wirst auf Bedrock. Ich bin nicht mehr in die Welt. Ich bin nicht mehr in die Welt. Ich bin nicht mehr in die Welt. Von mir kann sich niemand herstecken. Wir sind nicht mehr in die Welt. Nein, 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 lass mich, lass mich. Geh weg. Go away, come on. Go away! Ab mit dir, Bob! Flieh dir jetzt mit einer Falle für zwischendurch! Ist das unsere... Moran sei der Arbeit! Wird das auch noch zerstört? McCree! Da ist jemand! Du sollst doch nicht hämmern! Du sollst doch nicht hämmern! Was? Ich war One-Hit! Ja! Ich hab eigentlich Musik unterlegt! Ich glaub das ist nicht so gut! Da gewesen! Ja! Geil! Miau! Ach, Lucy ist... Was macht Lucy denn? Hä? Ja! Klingt komisch, ist aber so! Was ist denn das voller? Ich habe den Gegner im Auge! Ich hab Angst vor ihm! Ich hab Angst vor ihm! Das mag ich nicht, wenn er sich so verstecken kann! Ja gut! Ja gut! Das war's! Jetzt kommt der mit sein Old! Gewastet! Aber ein bisschen zu lange gebraucht! Highlight des Spiels! Was hat die gemacht? Ach, den Lootbox hab ich! Was? 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 Da hätte sogar meins dazu besser gepasst! Was? Also ich finde schon, ich hätte es auch verdient mit den Double Kill! Ganz am Anfang! Das ist durch Level 1! Duplikate! Jaaa! 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 Wie du Mägerer! Mäne! Ein Schuss! Ein Treffer! Ja! Vier! Drei! Zwei! Zwei! Andere! Beginn! Die Zielgruppe A1! Okay, das war doof von mir! Die erwartet mich schon! Ich mag nicht gegen Genji antreten! Er ist hier dran tot! Die kleine Satze! Brüßer, Brüßer, Brüßer! Sie haben einen Geschütz am Start! Was ist das für mich? Mein Teleporter ist online um zur Benutzung freigegeben! Merkig! Feindliches Geschütz, woher raus! Der Geschütz ist schratt! Oh nein! Da ist Genji wieder! Schade! Schade! Das ist kaputt! Ich werde ansparen! Ich werde den Geschütz nicht! Ich bin bereit! Ne! Du lässt mich in Ruhe! Hab ich gesagt! Na gut! Dann schieb ich mal an! Warte mal! Ist es möglich da oben und da und da? Pfff! Gehst du gar nicht oben! Mh! 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 Let's try! Let's try! Also wenn ich da auf der Fracht stehe, gehts besser! Bloß hier halbt schon alle auf, dann... Lass mich alleine! Ich gern's euch auslösen. Ich bin nicht da... Ich bin nicht da... Nach unten... Hm... Egal... Okay... Toll halt... ... Weindliches Geschütz direkt vor uns! Moment, du bist nie... Weindliches Geschütz aus... Ich bin bereit Was macht die? Ich war- H ÄÄÄÄÄÄ?! Die Realität des Whans Got him! Oh das war knapp Okay, set Genji Der Feind nähert sich Sieg Ja, gewonnen, die erste Runde Okay, ist nicht meine erste Runde, sieht man Aber es ist eine Runde Saboteur Achso, er hat die Hanse Olds sabotiert Und da ist es wieder Eichenwalde Ihr wisst jetzt wen ich spielen werde Also Eichenwalde, Chunkrat Ja doch Okay Fünf Vier Drei Zwei Eins Angreifer, näher an sich Okay, Chunkrat Ripple start Ripple start Hmm Oh 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 Oh, 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 oh. Alter! Ja okay, der Punkt ist jetzt schon verteidigt. Hat sogar funktioniert. Blind. Wie ein blinder Fisch. Mein Team kommt jetzt auf einmal an. Funktioniert. Meine Ultima Team ist bereit. Oh. Tja, die nächste Falle da. Hm. Das ist eine 2K. Noch 30 Sekunden. Ach, wo du hintritt! Vorsicht, gegenverkehr! Ist das dein Ernst? Noch 10 Sekunden. Das ist nicht gut. Ah! Ah! Aber trotzdem getötet! Ey! Die Widowmaker muss so on rate sein. Ich hab Widowmaker, ich hab Dumophis, ich hab Tracer. Ich hab... Hamilton. The Great... Mediator. Okay. Boah! Hatte der irgendwie Legs gehabt? Sieben... Wow! Wow! Aber like für... Ähm... Was meint ihr eine Runde? Ähm... Eine kurze muss es. Und weiter geht's auf Rialto. Vielleicht seht ihr die Runde vielleicht auch nicht. I don't know. Vielleicht ist das Video zu lang. Oder es ist ein Special. Machen Sie sich bereit zum Anlass? Ich wollte damit auch! Mann! Das halt nicht! Äh... Wenspiel. Ich hab keinen Heiler. Deswegen werd ich kein Tank spielen. Mekri! Deadlock! Reicht jetzt vollkommen. Drei. Zwei. Eins. Andere. Beginnt. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Ich geh jetzt mal hinten rum. Sie haben dort ein Geschütz. Die Fracht wurde aufgehalten. Wieder schön zusammengepflegt. Nein. Ja. Okay. Ich wurde bemerkt. Dieses Potential. Keine gute Idee. 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 Röger. Nein. Schönen. Unterdrückungsfeuer. Wart in Bewegung. Feindliches Geschütz. Voraus. Unsere alle leeren Sie sind hinein. Feindliches Geschütz. Voraus. Unsere alle leeren Sie sind hinein. Feindliches Geschütz voraus. Rechnung es ihr habt ein Teil verpasst als ich schimpfte es passiert der Zeit ja oh oh ich bin bereit ich bin bereit hehehe nice und geht-up? und geht-up? und geht-up? okay AIM ist da so so feindliches Geschütz zerstört Tja, Widow Einsatz oh, sie kommt an und ich habe nicht gehammert über TENS da, ich hör sie ich kann ein gegnerisches Geschütz runter ah das ist sie das ist mein alles hier kommt keiner vorbei wir müssen die die Geschütz ausgeschaltet hmmm warum warum treffe ich um den Tonics den werde ich jetzt hämmern er hat's verdient die Stunde hat geschlagen gut, das war's dann mit den schönen drei vier drei, vier Runden und das ist das Highlight Silberspieler weil ich hab mich gar nicht auf die konzentriert und ein wow und sie hat nichts gemacht zwei egal nicht aufregen gut, Leute das war's bis zum nächsten Mal und tschüss dann zwei trö our vier 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 vier